I'm not alone Okay, das Wichser nehme ich zurück. Ich muss ja nicht, dass du das bist. Ich sehe das gerade jetzt. Ah, Alter! Unglaublich, Baggage. Ist gar nicht dabei, Baggage. Die wollen alle was anderes, ne? Nimm Schut. Alter, was bist du für ein Popo-Pavian, ey? Ah, ganz böse. Ja, unglaublich. Irgendwie spackt mein Mikro gerade rum. Da habe ich ihn fast gegoldmessert, ja? Äh, Terror, ne? Ja, 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 ja. Klick. Moment, sie kick. Ja, ja, Kleidung clever klauen bei kick. Ja, ja, ja. Guck mal, diese Kick-Werbung. Wie team bist du? Äh, Terror. Und du? Ja. Ja, ich wähle jetzt gerade. Ja, wähle doch Terror. Ach komm, ey. Bot. Irving. Irving? Irving, das Supermodel, alles klar. Hab da nicht gesehen. Da. Gibt mal direkt ein Downgrade für den hier, ne? Ach, Mann. Diese Karte ist auch nicht... Ich bin... Mag die Karte nicht so. Zugegebenermaßen. Find die nicht so toll. Alter, sind die Bots echt so verpeilt? Ja, größtenteils. Alter, der sieht mich. Der läuft an mir vorbei, läuft um mich rum. Irgendwie, genau. Dank, dank dem Bot bin ich jetzt schon auf Stufe 3. Weil die echt so schlecht spielen. Ja, bin jetzt Stufe 4. Oh, das kriegen wir noch hin. Ich jetzt auch. Oh, ich spawn in dem. Oh, nee, der spawnt in mir. Ja, hab ich gemerkt. Du das grad. Was haut der ab, ey? Alter, 2 HP hab ich noch. Hab ihn. Haha. Dunkel laufen für dich, Peter. Ja. Peter Lustig. Der Zweigert, ja, Peter Zweigert. Peter Zweigert. Meinten sie Peter Zweigert? Das wird mein nächster Name sein, auf Steam. Peter Zweigert. Nee, den musst du aber dann, den musst du aber dann Peter Swinger nennen oder so. Ja, oder Peter Swagger. Peter Swagger. Dein Ernst. Die gehen wir nicht. Ja, mach ich gleich. Peter Swagger. Den bringen wir noch was. Und Oliver Heißen oder so, wa? Oder Sonja Zietho. Oh. Sonja Zietho. So, was? Sonja Zyklus? Nee, Sonja Zietho. Achso, Sonja Zietho. Ja, ja. War mir doch gut. Junge, dieser Bot regt mich irgendwie auf, ne? Ohne Scheiß. Ja. Ja, ja. Ja, gut. Der geht mir irgendwie so ein bisschen auf die Nerven. Weiß nicht. Auch Nüsse? Ich finde, die gehen von Ritter Sport. Nice, nice. Go, go, go. Go, go, go. Ist jetzt go? Go, go, Gadget. Da, so. Go, go, Gadget. Ach, Mann. Ich sollte vielleicht vorher nachladen, bevor ich da auf drei Mann losgehe. Hey, ich treffe den nicht. Nice shot. Ich mach mich hier gar nicht so schlecht. Aua. Aus dem Hinterhalt. Was soll das? Macht man das so mit Freunden? Junge. Junge? Komm mal. Alter. Junge, bist du Doktor Fu Manchu oder was, ey? So. Direkt mal Headshot. Headshot mit der Schrotflinte. Haha, lustig. Alter, ich hab ihm echt nicht den Kopf weggepraxed, ne? Boah. Ich bin der Teamführer, haha. Ich bin der Führer. Der Typ gestern im Livestream. Nein, hast du mir den Kill geklaut. Ich hab ein Bad, ich bin der Führer auch. Geht das jetzt mal hier? Wo ist da denn einer? Das ist grad so easy, ne? Komm doch mal aus deinem Versteck raus. Komm mal aus deinem Versteck raus, kleines. Ja, jetzt hab ich ein Messer. Da ist der Pico Pichu. Geil. So, endlich. Mein Gott, ey. Fünf Anläufe für einen Kill. Nächster Down. Ja, im Moment machen sie's einem wirklich leicht. Oh, wie denn gleich so. Ach, komm doch nicht von hinten. Pikachu. Ohne Scheiß. Pikachu. Was geht der mit dem? Warum nennt der sich nicht direkt Pummeluf oder so? Oh, Mann. Ich hasse diesen Revolver, ne? Ohne Scheiß. Ich hasse den Revolver. Ich mag den nicht. Alter, warum geht denn der Pikachu so komisch schief? Keine Ahnung. Ist doch ein Bug. Oder ich, ne. Hau doch ab, Mann. Pikachu, ey. Ich mach dich gleich zum Raichu. Oh, Junge. Keine Muni mehr. Geht doch. Oh, Summer. Alter. Summer. Ich hab gar keine Revolver mehr. Nice. Ja, hau ab, Pikachu. Deine Mom. Deine Mom, Pikachu. Pikachu. Oh, ja. Ist klar. Der versteckt sich in der Wand. Neuer kommt raus und kommt nach HP. Ja, Mann. Stufe 15. Einer. Goldmesser. Ja, ich schieße dir gerade im Rücken. Warum? Ja, Mann. Ja, Mann. Ich hatte den noch abgedacht. Ja, Mann. Dankeschön. Ja, Mann. Das ist das selbe, was ich gerade mit dir abgezogen habe. Ja, aber endlich mal Goldmesser, Junge. Alter. Das seid ihr jetzt gegönnt. Ja, ohne Scheiß, Mann. Endlich mal ein Goldmesser-Kill. Und das auch noch auf der Karte hier. Ja. Unglaublich. Geil. Das erste Mal. Sehr schön. Das erste Mal, seit ich CSGO spiele, Goldmesser-Kill. Das ist nice. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob David und ich mal an einem Wettkampf teilnehmen sollen. Ja. Ja, ne? Dann aber in einem Team. Ja, klar. In einem Team. So. Dann fragen wir noch einen GSG. GSG-Rippe. Und vielleicht noch zwei Leute aus der Community. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr Bock habt, mit uns im Team einen Wettkampf zu bestreiten. Und dann quatschen wir mal MTS darüber. Dann machen wir das mal. Das wird bestimmt lustig. Oh ja, das wird lustig. Junge. Dreifach-Kill, ne? Wird dir nix. Ja, weiß ich. Easy, peasy. Shot up, squeezy. Aber dreifach-Kill in der Aufwärmphase, gutes Omen. Oh ja. Erster Kill. Zweiter Kill. Zweiter Kill. Let's go. Let's go, go, go. Dritter Kill. Deine Muni mehr, das klingelt. Oh. Er macht das schon wieder, ey. Ja, ist gut jetzt. Warum traut sich jetzt keiner mehr hier ins Haus? Immer noch einen drauf. Traut sich jetzt keiner mehr hier durch die Tür, oder was? Nee. Oh, wir meinen, der ist auf Kram gegen eine Team. Echt? Vielleicht mal genutzt die Gelegenheit. Ja, wollte ich gerade sagen. Nutzt man ja überhaupt nicht aus, ne? Hat gar nicht. Geht man einfach dran vorbei. Hat man nicht gesehen. Alles klar. Let's go, go, go. Let's go, go, go. Ich hab den noch getroffen. Oh, Mann. Ja, hier, hier scheiße, ich hätte es ja gar nichts, ne? Oh. Deine Karte, du. Hast du nicht? Oh, der steht hinter mir. Ich stand gerade in dem drin. Oh, Mann. Ach, komm, das ist doch kacke. Ja, sicher, Junge. Babbo. Alles klar. Was für ein Babbo, ey. Alter, das kann doch nicht sein. Oh, jetzt höll ich auf eine Leiter wieder runter. Wie Paulsinger. Hab ich gesehen. Fand ich lustig. Achso, du weißt das. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Jetzt auch mal killen. Du bist Stufe 3, Stufe 4 erst, ne? Ja, ganz schlecht. Ja, ganz schlecht, ne? Tafit. Ja, hin tut. Aua. Äh. Ah, Mann. Ah, Mann. Homo first. Ah, Mann. Ne, die Runde ist scheiße. Ja, die Runde ist echt mies. Gefällt mir gar nicht. Ne, mir auch nicht. Alter, egal wie lang du an der Tür stehst. Davon wird's nicht besser. What's your mayhem? Was denn? Ach komm, ist doch nicht wahr. Jetzt stehen die oben bei uns. Down. Ja. Ey, wie macht der das? Das kann nicht sein, Junge. Mit einem Schuss. Tod. Hab ihn. So. Go, go, go. Go, go, Gadget. Ey, der Typ macht einen Schuss, ne? Und du fällst sofort um. Ohne, dass du dich irgendwie dagegen wehren kannst. Oh. Jetzt hole ich wieder langwommen auf. Jetzt haben wir wieder in den Türmesser. Alter. Jetzt komm doch. Trau dich. Waaah. Wie? Wie? Na, wenigstens einen. Ne, diesmal schaffe ich es nicht auf Goldmesser. Glaube ich nicht. Ne, ich auch nicht. Einen habe ich, den anderen nicht. Wollte nicht. Nice shot. Weizelstecher. Nitzestecher, jaja. Oh, kommt der von hinten. Glaubst du es? Hab dich. Hab dich. Wow. Ich habe dir gerade den Arsch gerettet. Ja, danke. Hab ja nur einen. Ja. Ach, echt jetzt. Doch nur einen. Doch, so wenig. Nur einen, das ist ja. Geht ja gar nicht mehr. Einen Arsch finde ich aber sehr bedenklich, ne? Möchte ich dir mal sagen. Ja. Da bin ich, da bin ich Besseres von dir gewohnt. Ja, ich bin einfach ein Arsch. Oder so, ja das geht natürlich auch. Ob ich's will oder nicht. Hab ihn. Alles bleibt hier so, wie's, wie's Oberzicke. Oh, du hast ein Messer, dammit. Was ist bei dem kaputt? Ja, das... Alter, dieses Pissding, oder wie heißt der? Nein, gemessert! Ich bin auch schon wieder kurz vorm Goldmessern. Ich bin wieder kurz vorm Goldmessern, Junge. Ja, ich bin kurz vorm Sterben. Hey, good shot. Ja, nix, good shot. Alles klar, der steht hier hinter dem Ding. Gibt, der Schrotz. Boah, der steht da nicht in dem Dach. Das gibt's doch nicht. Nein! Super. Ach, du bist das wieder, ne? Nee. Nee, bist du gar nicht. Pisser Pro. Baggage. Mein Handy wird die ganze Zeit fröhlich vor sich her. Achso, das Livestream. Das ist das, das ist das. Und dann wieder ganz am Instagram. Und was ist denn mal hier? What's up?